So, einen haben wir noch und was für einen. Zum quasi großen Finale wollen wir jetzt gemeinsam ein Buch ehren. Es ist ein sehr voll und sehr schön geschriebenes Buch mit wahnsinnig wichtigen Notenzeilen, vor allem aber auch sehr wertvollen Gedanken. Ich finde, Buch ist eine sehr gute Umschreibung für Lebenswerk, weil Lebenswerk klingt dann immer so ein bisschen, schauen wir mal, wie lange es noch geht, so ein bisschen final, ehrlicherweise, und das wollen wir nicht. Deswegen ist das Buch, um das es jetzt geht, noch lange nicht fertig geschrieben, ganz im Gegenteil. Denn Amadeus fürs Lebenswerk erhält jetzt jemand, der nicht in alten Mustern verharrt ist, sondern der sich stets weiterentwickelt hat. Jemand, der am Puls der Zeit geblieben ist und gleichzeitig etwas erschaffen hat, das zeitlos ist. Und das wollen wir jetzt an dieser Stelle würdigen mit Jazzens. Wenn es ums Lebenswerk geht, dann darf die Reise durchaus auch ganz weit zurückführen. Und da reden wir von den frühen 1960er Jahren und Karl Ratzer. Die beste Band, die es in diesem Land für mich je gegeben hat, das waren die Slaves. Und da hat ein 14, 15-jähriger Ratzer Liedgitarre gespielt und die haben zum Beispiel damals in der Schweiz, die Who, da hat es ein Riesenkonzert gegeben, wo sie als Vorband zu der Who gespielt hat. Und am nächsten Tag waren die Schweizer Zeitungen Schlagzeilen, wirklich Schlagzeilen nur über Slaves geschrieben. Die waren sensationell. Ratzer, der Gitarrist und nicht nur das, der Autodidakt ist mit zwölf Jahren das erste Mal auf der Bühne gestanden. Ungefähr im 66er-Jahr, 67er-Jahr hat sich die Band aufgelöst. Dann hab ich dann eine Band zusammengestellt. Die Gruppe hat geheißen Charles Reider Corporation. Wie heißt du? Dann gab es so, würde ich sagen, die erste Superband in Österreich, Gypsy Love. Haunstadkurtl am Bass, Janus Dojka am Schlagzeug, Grazer auf der Gitarre, Peter Wolf Keyboard, Richard Schönherz Keyboard, Lashex Lado am Saxophon und so weiter. Also wow. George Stoguette, Südafrikaner, alles singen. Es war nicht wirklich gut, in meiner Ahnung, weil es war mehr eine Familienangelegung. Wir haben uns alle gerne eine Cousine, eine Schwester. Wir haben eine goede Band gemacht und haben gesagt, spielt. Und es ist einfach zu eng geworden. Dann hab ich gesagt, ich will nach Amerika. Der Karl ist 74, 75 nach New York, ist in diese Szene gekommen und hat dann mit dem Saxophonisten von Rufus, hat er dann eine Band gemacht, was ich mich erinnern kann, und war so einer der ersten, die in New York Fuß gefasst haben. Der große Hit blieb aus, ebenso wie die klassische Popstar-Karriere. Aber darum ging es und geht es bis heute bei Karl Ratzer nicht. Das ist so, dass es fast scheint, dass wenn man hier bleibt nach Amerika oder egal von wo man kommt, dass es schlecht ist. Der ist halt wieder da. Aber das ist ja nicht wahr, weil wir haben sehr viel Talent hier und sehr viele Leute, die was wollen. Karl Ratzer, der so gar nicht Popstar und man ist geneigt laut Gott sei Dank zu rufen. Ratzer, der Kreative. Ratzer, der Lehrende, der sein Können an Studierende weitergibt. Ratzer, der Bühnenmensch, der die musikalische Grenzenlosigkeit liebt und lebt wie selten jemand und dabei wenige Worte verliert. Karl Ratzer hat eine Sprache und die heißt Musik. Und das hat letztendlich auch viel mit Technik zu tun, denn er ist einer der herausragendsten Virtuosen am Instrument und das mit Herz und Humor. Bitte begrüßen Sie den künstlerischen Leiter des Jazz & Music Clubs Poggy & Bass, Christoph Huber. Liebes Amadeus Team, liebes Publikum, geschätzter Karl Ratzer, es ist mir eine außerordentliche Freude, dass du diesen Preis für das Lebenswerk bekommst und diese Freude ist nicht nur uneigennützig, es freut mich auch deshalb, weil Karl Ratzer der Musiker ist, der am öftesten unter eigenem Namen im Poggy & Bass aufgetreten ist in den letzten 30 Jahren und damit ja auch indirekt die Programmpolitik hier auch offiziell bestätigt wird. Finde ich sehr fein. Ich habe jetzt nicht genau nachgezählt, aber die Zahl der Auftritte hat sicher die Dreistelligkeit erreicht und lassen Sie mich kurz ein paar Stationen des musikalischen Lebens von Karl Ratzer aufzählen. Einiges hat man schon gesehen. Begonnen hat alles 1965 mit The Slaves, eine wilde Underground Band, die trotz der Entdeckung durch den Manager, den damaligen von den Rolling Stones, die aber trotzdem nicht lange bestanden hat, diese Band The Slaves, es folgten Bands wie Charles Ryder Cooperation, Sea Department und natürlich Gypsy Love mit Kurt Hauenstein und seinen Cousins Harry und Janusz Deuker, eine Band, die bis heute Kultstatus besitzt. 1972 ging er nach Amerika und nach der Zusammenarbeit mit der Band Rufus, die wiederum durch Chaka Khan weltberühmt wurde, gründete er in New York eine Formation mit Jeremy Miss Dyke, Eddie Gomez, Joel Chambers und etlichen mehr und sorgte dafür, sorgte dafür, dass Gitarristen wie John Abercrombie oder John Schofield immer in den höchsten Tönen über seine instrumentellen, harmonischen und rhythmischen Fähigkeiten schwärmten. Mit Chad Baker absolvierte er von 1979 bis 1985 Duokonzerte in den USA, aber auch in Europa, unter anderem in der Jazzspelunke hier in Wien. Anfang der 80er Jahre kehrte Raza den USA den Rücken und kam nach Wien zurück und widmete sich seiner musikalischen Karriere, die sich kontinuierlich und konsequent bis zum heutigen Tag entwickelt und mit seinem aktuellen Quartett, mit dem er nun auch schon seit vielen Jahren arbeitet, einen künstlerischen Höhepunkt markiert. Sie können sich übrigens davon überzeugen, nämlich am 6. Juli zu seinem Geburtstagskonzert. Soweit zum Musiker Karl Raza, aber hinter jedem Künstler steht natürlich auch eine Person und eine Persönlichkeit ist er zweifelslos. Der Sir, wie wir ihn seit vielen Jahren nennen, beziehungsweise mittlerweile auch mit dem Berufstitel Professor versehen. Nach außen oft ruppig, aber innen hat er ein großes Herz, ein authentischer Mensch, der das, was er ist, nicht spielt, egal ob auf oder abseits der Bühne. Ein Mensch, dessen Sprache die Musik ist, für den Musik ein Lebensmittel ist und wie die Luft zum Atmen, der ohne Musik nicht lebensfähig wäre. Lieber Karl, es ist mir eine große Ehre, zu deinem näheren Freundeskreis zu zählen und die Kulturnation Österreich kann sich glücklich schätzen, so ein musikalisches Genie zu beheimaten. Ich gratuliere dir herzlich zu dieser verdienten Auszeichnung und freue mich auf die nächsten Konzerte und zum Abschluss noch eine deiner Textzeilen. Don't say I'm late, it's my time. Recht hat er, Chapeau, alles Gute! Applaus Ja, 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 ja Jetzt muss ich noch was sagen. Ich bin geglättet, ich bin baff, wieso ich, das muss eine Christus Wirksamkeit sein. Ich bin sicher, das ist eine Christus Jesus Wirksamkeit in meinem Leben und ich möchte mich bedanken bei meinem Hergut sowieso, bei meiner Familie, bei meiner Frau, bei meiner Band, Peter Herbert Howard Curtis, bei den Neumünster, bei Andi Wert von Reitwagen, bei Christoph Huber, der hat mich therapiert und ich danke Ihnen allen, vielleicht kriegen wir jetzt mehr Publikum. Aber es reicht, was wir haben, wir sind bescheiden, wissen Sie. Wir stehen da, wenn die Leute kommen wegen der Musik und nicht wegen einem Treffen, weiß ich was. Und das gelingt uns immer wieder bis jetzt. Wir freuen uns, wir beten für Frieden und wir beten für die Liebe und das alles, dass die nicht gewinnenden Russen mit ihrer Brutalität und das, die Mullahs und die Chinesen, ich glaube, der Westen ist viel zu freiheitsliebend, die werden nicht gewinnen. Alles Gute! Applaus 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 Vielen Dank.